Ey, aber ich verspreche auch was, wir sehen uns wieder, denn wir haben eine Kutu angekündigt und jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Es gab ein Konzert, was wir noch nicht ankündigen durften. Das machen wir jetzt, Herr Schirr. Wir sind am 7. Dritten in Driesland. Und zwar oben im Schlachthof. Sehen wir dich wieder? Was haben wir gerade eben gelernt? Wie antwortet ein gutes Publikum? Sehen wir dich wieder? Sehen wir dich wirklich wieder? Lügst du nicht? Und wenn du lügst, lass es gerne so bleiben. Ja, gut so. Liebe Leute, wir sind die Junots. Das hier war der absolute Sommerwahnsinn. Wir haben einen letzten Job für euch. Und wir müssen auch einmal diese Antwort haben für euch. Und wenn wir einen anderen will, die auch klappt, dann wäre auch die. Und wenn wir das jetzt Rhythmisch hinkriegen. Und ich habe mich besser gesagt, ich habe einen guten Abend. Viel Spaß mit dem Hoffen Oslo, das geht so. Und ich habe mich besser gesagt, ich habe mal einen Anschlag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017